Jetzt passiert. Ich bin in der Kiste. So dunkel? Ist das so dunkel draußen? Alter. Mach doch draußen Licht an. Draußen steht da noch ne Fackel. Äh, die seh ich nicht. Achso. Hast du keine einstecken? Die Fackel. Kiesel 5, Faser 30. E. Ne, das ist ja Holzwand. Dann die Stehfackel. Da. Oh Gott, Gott sei Dank. Die Fackel steht aber nah an der Wand, wa? Ja, ist mir auch schon aufgefallen, ja. Alter, wieso braucht denn der Mörser 15 Leder? Voll krass. Das klang jetzt gerade nicht gut. Wieso? Ach, du hast das Dach ersetzt. Ah, okay, dann klang es doch gut. Verschreck mich doch nicht. Alter, 15? Ich hab nur über dich rüber gebaut, ist alles gut. Inzwischen ist unsere selten Kiste auch nicht mehr unsere selten Kiste, aber ist egal. Boah, hier hinten ist aber, achso. Hallo, geht's euch gut? Du, was macht jetzt der Kompass? Hiermit kannst du herausfinden, in welche Richtung du reist. Das ist schön. Ach, warte. Nett. No shit. So, was kann man denn noch so basteln? Ein Dodo hat gelevelt. Oh, na dann ran. Ich hab nur noch einen Speer, das ist gar nicht mehr so gut. Eh, verdammtes Fleisch. Hallen lasse. Oh, hier hinten ist es aber dunkel, Mann, Mann, Mann. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss mir Speer bauen. Oh, tausende Eier! Wut? Gisela! Wut ist passiert? Gisela! Gisela, 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 Gisela. Manu, warum sehe ich denn hier nichts hier hinten? Holz 8. Oh, dass man sich bei Gisela immer so anstrengen muss, bis man das Inventar richtig sieht. Ich sehe hier nichts. Gott, ich brauche eine Fackel. Danke. Sagst du mal, wie... Wie will ich denn die drei Eier da unten an? Das sind Eier? Ja, bei Gisela. Ähm, sonst gehen wir in die First Person. Ich kann jetzt irgendwas aufheben. Bin ich? Bin ich? Ich glaube, das ist kacke. Ne, bin ich nicht. Doch, bin ich. Ne, bin ich nicht. Geh mal weg da! Bitte. Entschuldige. Gisela auch. Eh! Oh, da sind noch mehr, da sind noch mehr. Eh! Halt da was! Eh! Oh, drei Eier! Oh, bei den anderen Leuchten. Guck mal hier, die du auch allein! Nee, nicht, Schatz. Das will ja keiner, weil doch immer, der da ist. Warte mal. Ich komm hier nicht... Was machst du denn? Ich muss hier mal vorbei. Ich muss mal grad zu Gisela. Ach so, sag das doch. So. Bei mir hat Gisela so leid getan. Die soll nicht da an die Wand gucken müssen. So. Das gefällt mir besser. Ah! Äh! 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 So. So, ich wollte eigentlich gucken. Ich hab noch 20 ngram Punkte. Wollen wir nicht mal Eier kochen? Ja, hast du denn diesen komischen Kochtopf gelernt? Ja, den muss ich aber auch erst bauen. Brauche mehr Holz! Kiste. Ja, Kiste. Da ist nicht mehr genug drin. Wie viel brauchst du denn? Äh, ja. Ich weiß nicht genau. Alter, können wir mal irgendwas an Faser wegschmeißen? Nein. Bitte? Es ist eine neue Kiste da. Wollen? Ich hab doch extra eine neue Kiste gebaut. Links! Wo denn? Links! Ach so. Ah, okay. Alter! Ich wollte ja nur die Eier ablegen und mit Holz nehmen, so. Holzticke. Hau mal jetzt ne Eierkiste. Ich... Ich... ...brauche 5 Kiesel und 75 Steine. Okay. Das haben wir ja. Vielleicht. Wer hat die Karte aber macht? Ich weiß nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Und irgendwie Steine. Steine sind 78. Nimm das ganze Ding. Ich hab genug. Was brauchst du sonst noch? Nichts. Ich habe alles. So, weil du meintest, ich brauche Holz! Ja, Holz brauch ich immer, damit ich unsere Decke ersetzen kann. Ach so. Jetzt im Dunkeln will ich aber ehrlich gesagt nicht gehen. Nee, brauchst du ja nicht. Ich hab, glaub ich, noch. Also ich mach jetzt erst mal einen Kochtopf. Ja, bitte. Wird gerade hergestellt. Dann kann ich noch ne Holzdecke herstellen. Sehe ich gerade. Was ich gleich mal macht. So, dann ziehe ich mir den Kochtopf dahin. Kann ich jetzt... Wenn ich jetzt Kochtopf wähle, ist die 4. Ah, 4? 4? Geil, ich kann Wasserhahn lernen. Ah, oh, oh. Okay, das wird ein neuer Feuerplatz. Okay. Äh, wo ist der alte? Der jetzt hinter. Habe Kochtopf gebaut. Muss einen Basisbrennstoff enthalten, um ein Feuer zu machen. Okay. Und dann verschiedene Nahrungsmittel hinzufügen. Bitte, du kannst Eier kochen. Wieso ich? Weil ich doch Decken basteln muss. Soll ich Eier kochen? Und das funktioniert mit den Eiern? Ist ich doch nicht. Das wirst du jetzt rausfinden. Ich brauche Steine. Wir haben ja... Wir haben ja genug Eier. So ist ja nicht... Ich nehme mal... Nein, ich will nur eins. Ich will das nur mit einem auspuppen. Ich hab Angst. Ich hab Tierhaufen hier. Ich hab Kaka. Pupu. So. Geht jetzt irgendwo noch ne Holzdecke? Ja, da hinten. Na gut. Kann sein, dass du noch irgendwie Wasser brauchst oder so. Ich weiß gar nicht, wie das halt geht. Muss einen Basisbrennstoff enthalten, um ein Feuer zu machen. Ja, ja, Holz oder Kohle. Und ein Rezept hinzu. Ich hab kein Rezept. Nein, du brauchst kein Rezept. Doch, das kann ich mir gut vorstellen, dass du irgendwie so einen Zettel brauchst. Aber wo kriegt man den her? Nein, da steht doch Fortgeschrittene Könntes. Lies mir noch mal vor. Füge verschiedene Nahrungsmittel und ein Rezept hinzu, um fortgeschritteneres Essen kochen zu können. Hm. So, passiert jetzt was mit dem Dodo-Ei? Noch nicht. Geh neben dir und gucke zu. Vielleicht. Wollen wir noch Wasser? Das weiß ich nicht. Hä. Oh. Holz leer. Hm. Dodo-Ei. Vielleicht müssen wir noch Wasser hinzufügen. Oder in Rezepten benutzen. Ja. Kann ich das einfach so essen? Hm. Aber macht man ja so auch rohes Ei essen. Soll ich zumal? Ich probier das mal. Konsumiert ein Dodo-Ei. Makofatz. Also ich hänge am Stein. Auf jeden Fall essen. Okay, mit dem Feuer müssen wir uns nochmal beschäftigen. Ja. Also mit dem Kochsofter. Was war jetzt der Wunschholz, ja? Ja, ich hole mir grad selbst welches. Sind noch gar nicht so spät, jetzt dachte ich es wäre schon später. Ich bin 20 nach 11. Oh ja. Jetzt weiß ich es. Kaka macht. Kaka war. Ich mach mal die Fackel aus. Die leuchtet ja im Dunkeln. Ähm. Das ist ja unnütz. Genau. Gute Idee. Ähm. Ach, immer diese Musik bei einem neuen Tag, ne? Die hab ich gar nicht. Ich immer. Immer wenn Abend ist und immer wenn, ähm. Wahrscheinlich hab ich das irgendwo ausgeschaltet. Neuer Tag wird. Gegenstand herrscht. So, die letzte Holzdecke, meine Damen und Herren. Kein Bock mehr. Ich hab schon lange nichts mehr getötet. Bob? Bist du da? Äh, sieben. Nein. Nein. Oh nein. Schon wieder überladen. Nein. Möglich. Ja. Sieht gut aus. So. Na, das ist doch schön. Jetzt würde ich ja zu gerne mal ausprobieren. Ach, hier fehlt ja auch noch eine Holzdecke. Oh. Oh, noch mehr Holz. In fünf Stunden bringe ich dir dann Holz. Juhu. Kann's kaum erwarten. Das glaube ich. Da muss ich hin. Brauche ich denn noch? Hör die Holzdecke. Stroh und Faser. Ich würde auch gerne mal wieder irgendwie ein Vieh töten. Na mach doch. Kann's ja gleich losgehen, dann bleibe ich hier, wenn du dann irgendwann also zurück bist. Bringst du auch Stroh mit? Bisschen. Bisschen reicht. Achso, wenn ich nachgucke, dann bleibe ich hier stehen. Geh weiter. Ah, guck mal, hier ist ja noch Stroh. Ah. Das da wird die Eierkiste, haben wir gesagt. Ne, Eierkiste kannst du knicken. Wir haben ja erst zwei Sorten Eier. Mach irgendwie, was weiß ich. Einmal Stein und einmal so Faser, Holz. So was. Ja, da kann ich die Eier zu den Fasern und dem Holz auch mit dazu tun. Na, oder die Eier bleiben in der Seltenheitskiste. Also es war mal die Seltenheitskiste links hin. Ja, genau. Mach ich. Gerade. Ich räume gerade so. Halt und los. Damen, Karotten, Samen, Metall, Azulbeere, Samen. Nicht erschrecken, ich komm. Und du Beere, Samen, Strohtürer, Mejobeere, Leder, Stimbeere, so. Wird die jetzt hier Holz oder? Ich weiß es nicht. Was? Ich weiß jetzt nicht, wie du da das System machst. Ich hau das jetzt einfach mal rein, was ich jetzt hier noch gekriegt habe. Du kannst, also die Linke mache ich jetzt sozusagen, wie wir gerade gesagt haben, mit ganzen Samen und Eiern und Metall und so voll. Wie wir gerade gesagt haben. Und dann würde ich ja, ich würde mich zu gerne mal versuchen, das anzubauen. Ja, ja. Hau rein. Ja, ja. Dann also. Ich will dich nicht aufhalten. Nein, aber ich habe noch ein Dach zu bauen und dann kann es weitergehen. Okay. Ich habe ein Dach zu bauen. Ich gehe jetzt hier gerade mal ein bisschen ins Landesinnere, auch wenn es noch sehr dunkel ist. Echt? Bei mir schon ziemlich hell. Ich muss wahrscheinlich erst mal Holz holen, äh nicht Holz, Wasser holen, weil das ja auch Wasser braucht. So ein Beet. Ja, dafür habe ich schon mal so ein Rohr gelernt, aber muss mich da halt nochmal beschäftigen. Ich meine, das Rohr ist ja wahrscheinlich dann eher so zum Transportieren und so, ne? Na, das ist wie so eine Rohrleitung. Ist das? Ja, genau. Aber ich habe ja auch noch den Wassersack. Ich kann es ja vielleicht für die ersten Versuche erstmal... Ja, ja klar. ...transportieren. So. Hallo Gisela, geht dir gut? Danke fürs Fleisch. Nicht gleich Kaka machen. So schlimm bin ich nicht. Sind ich irgendwo ein Dodo? Da! Dodos! Wie sie alle Kaka machen, ist das süß. Es ist Dodo Time! Oh, ist ein pinker Dodo! Nimm ihn, nimm ihn! Wann mache ich den hier tot? Toll. Promst, der Speer kaputt? Warte, ich wollte... Verdammt. Achso, ja, ein Speer. So, zwei Leder. Holz und Kiesel. Oh, der pinke Dodo rennt voller Angst weg. Nein, bleib stehen! Ich laufe hinterher.